Und die neue Woche beginnt mit, ja, keinem Paukenschlag, sondern gleich mit einer Pause. Zumindest mal in Amerika ist heute Feiertag und dementsprechend eigentlich nichts los. Die Indizes tickern, wir gucken so uns gleich mal kurz an, aber seid vorsichtig. Der breite Markt, der ist nicht da. Was die Aktien machen würden, das weiß man nicht. Das werden wir dann erst morgen wieder erfahren. Bleiben wir zunächst aber erstmal beim DAX. Der ist ja gar nicht so schlecht unterwegs heute. Also wenn wir uns das in der Tageskerze angucken, zumindest sind wir ein bisschen höher als vor dem Wochenende. Das lässt ja ein wenig hoffen, aber wir sehen schon, dass die Bewegung nachlässt. Das liegt sicherlich auch daran, dass Amerika heute zu hat. Insofern sollte man das alles charttechnisch nicht überbewerten. Klassischerweise, machen wir kurz das Augentraining, ist das aber etwas, was wir sehr gerne als eine Art Ending Diagonal bezeichnen. Also sozusagen die Schlussphase eines Trends. Denn das, was ich euch da mit dem Dreieck so halbwegs eingezeichnet habe, das sieht korrektiv aus. Mit den vielen Kursüberschneidungen, die wir da haben. Aber es geht halt in Trendrichtung. Trend war aufwärts und auch das ist ja noch eine Aufwärtsbewegung. Korrektiv ist ja mal gegen den Trend. Aber in diesem Fall ist es mit dem Trend. Also muss es Teil des Endes der Aufwärtsbewegung sein. Und dementsprechend sieht das so aus. Aber wie gesagt, ein bisschen vorsichtig. Das heißt jetzt nicht, dass, ah okay, jetzt und danach geht der Markt dann richtig fett nach unten. Das ist damit überhaupt nicht ausgesagt. Sondern die Aussage ist eher, dass wir vorläufig diese Aufwärtsbewegung, sagen wir mal, totlaufen lassen. Und das kann allerdings auch an Amerika liegen, weil die Marktteilnehmer dort eben einfach nicht da sind. Und die Deutschen sich nicht so richtig trauen, sich festzulegen. Alle Aussagen also heute ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Trotz alledem. Pause, was das angeht. Vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, sich eher auf die Übergeordneten oder die Trades der nächsten Tage vorzubereiten. Denn ob es hier raus was Ablesbares gibt, das werden wir dann noch sehen. Der Dow Jones YM, das ist jetzt der Future. Und der läuft natürlich jetzt, trotz alledem. Aber mit natürlich wenig Marktteilnehmern. Und vor allen Dingen nicht gedeckt durch den Aktienmarkt, sondern nur durch die Fantasie. Was geht gerade so ab? Soll es hoch oder soll es runter gehen? Also die Marktteilnehmerschaft, die Breite, die sich mit Aktien eben eigentlich ja die Indizes bewegt, die fehlt gänzlich. Zumindest können wir ihm zugute halten, dass wir diesen Trendkanal ein wenig nach oben durchstoßen haben. Was vermuten lässt, dass Chancen auf einen Bruch auch der Hochmarke bei 35.250 in etwa, gemessen am Future, wie gesagt, dass das nicht unrealistisch ist. Hm. Also ihr seht, ich habe hier immer noch das negative Bild eingezeichnet. Was ich ganz toll fände, weil das eigentlich gut passen würde und uns günstige Einstiegskurse nochmal biete. Also ich bin kein Gegner davon oder sage, oh, das wäre jetzt Katastrophe. Aber je mehr wir darüber hinausgehen, desto weniger typisch wird es natürlich, dass wir das erst erreichen. Klar, wenn es steigt, ist es abwärts weniger wahrscheinlich. Das klingt nach tautologischer Argumentation. Trotz alledem sollten wir uns merken, je höher wir gehen, ich kann mal die 78er mal einzeichnen. Denn spätestens, wenn wir die erreicht haben, die liegt beim Dow Future aktuell über 34.684, dann kriegen wir auch nochmal dieses Hoch oben raus. Wir erinnern uns an das, was der Dax gemacht hat. Auch er ist dann hier nach dieser Geschichte hier nicht, hat er gedreht, sondern hat gesagt, ich laufe noch weiter und hat das durchstoßen und ist nochmal ein gutes Stück weiter nach oben gelaufen. Also die Chancen dafür sind da. Ich zeichne mal die Alternative nicht in dieses Bild jetzt. Wir wollen es ja nicht zu sehr langfristig machen, aber dann hätte das Ganze vielleicht etwas von so einer Bewegung. Also diese Wackelei, die ich hier jetzt mal angenommen habe, die kann auch höher noch passieren. Also das muss jetzt nicht auf exakt diesem Niveau da sein. Aber irgendwie sowas in dieser Art mit Fortsetzung nach oben und Angriff Richtung 36.000 wäre die Alternative. Das heißt, wir sollten genau hingucken, bevor wir uns auf die Short-Seite begeben, ob es nicht doch vielleicht ein Long wird. So, und jetzt gucken wir mal hier auf den 5-Minuten-Chart. Denn der 5-Minuten-Chart ist per se ja schon wieder spannend. Denn das ist starke Abwärtsbewegung. Und wenn ihr jetzt sagt, nee, 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 Rüdiger, das ist nicht dreiwellig, das ist mehrwellig hier, dann gucken wir mal, ist das überschneidend oder nicht überschneidend. Ich mache es mal groß, damit ihr das auf den kleinen Smartphones auch gucken könnt. Und dann seht ihr dieses Hoch, das ist höher als dieses Tief. Das heißt, egal ob ihr das dreiwellig oder mehrwellig auffasst, es ist überschneidend. Und damit ist eigentlich dieses die Korrektivrichtung, das die letzte starke Richtung. Und das wäre der nächste Short-Trigger. Solange wir oberhalb bleiben, ist Short für mich kein Thema. Ich gehe doch nicht Short, wenn der Kurs steigt. Aber nach dieser Geschichte wäre das ein Short-Trigger mit Erwartungshaltung, dass das, was wir hier vorne haben, da hinten nochmal passiert. Also Ziele 34.230, 20, irgendwie sowas in der Richtung, hängt noch ein bisschen davon ab, wo die hoch sind. Sowas in der Richtung wäre dann noch typisch. Und ihr seht, im großen Bild spielt das gar keine Rolle. Für die Intraday-Händler allerdings durchaus eine Überlegung. Allerdings sollte der Kurs nicht mehr so arg weiter steigen. Ihr erinnert euch, die 78er-Marke. Hier sind wir fast dran. Sobald der Kurs dadurch ist, für den Future 34.450 sozusagen, dann ist dieses für mich nicht mehr okay. Ist schon jetzt nicht mehr ganz so toll vom CRV, weil dieser Abstand von dem hoch bis dahin im Verhältnis zu dieser Länge zu ähnlich ist. Dadurch ist das Chance-Risiko-Verhältnis für diesen Teil, ihr seht das hier, schon nicht mehr wirklich attraktiv. Es gibt mir aber eine Richtungsidee. Also ihr seht, die Idee super, naja, geht so, sagen wir mal, kommt ja noch drauf an, ob er dich hier triggert. Aber die Umsetzung ist nicht lukrativ, weil mein Gewinn kleiner ist als das und ich nicht weiß, ob meine Trefferquote so viel deutlich höher ist als 50 Prozent. Also wenn die 80, 90 Prozent ist, würde sich das natürlich trotzdem lohnen, weil ich ja viel häufiger diesen Gewinn mache als diesen etwas größeren Verlust. Aber ihr seht schon, das geht dann nicht mehr aus. Also im Moment ist das hier total klasse zum Gucken, aber total doof zum Handeln. Naja, es passt zum heutigen Feiertag. Insofern vielleicht etwas, was man im Hinterkopf behalten sollte, um die Logik des Marktes besser nachvollziehen zu können, aber nicht zwingend etwas, was man umsetzt. Zumindest mal finde ich das in diesem aktuellen Bild nicht so wirklich attraktiv. Jetzt haben wir aber den Vorteil, dass wir ja nicht nur einen Index haben in Amerika. Wir können ja mal gucken, was wir beispielsweise vom S&P bekommen. Und wir sehen, der S&P ist noch weiter gestiegen, aber auch er ist noch ein gutes Stück. Das ist hier oben auf Tagesebene nur bis zur 61,8er Marke. Erst wenn er durch die 78er ist, dann ist das untere Bild ziemlich sicher nicht mehr. Aber je weiter er sich davon entfernt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Kisten, die hier unten dann theoretisch liegen, nicht mehr so richtig attraktiv werden. Gucken wir uns den etwas kleineren Chart an hier, im 5-Minuten-Chart. Start, starke Abwärtsbewegung, A, B, C nach oben, Trigger hier. Und wir können es mal konkret machen. Mein Einstiegstrigger für so eine Idee liegt hier. Meine Zielbox für die Korrektur liegt zwischen 38,20 und 61,8. Wir sind leicht drüber. Das ist noch okay. Ist nicht optimal, aber ist noch okay. Da muss man nicht in Sorge geraten. Allerdings, ich möchte nicht mehr, dass wir durch diese Marke durchgehen. Das sind wir noch nicht, also passt es noch. Die Zielmarke für diese Idee... Dann machen wir es doch so, dann sieht das... Ne, so wollte ich das nicht. Na? Ihr seht, ich bin völlig überfordert. So, jetzt machen wir es nochmal einmal richtig und so, dass es auch gut aussieht. Hoch zum Tief, dann das hier. Meine Zielmarke ist das. Also mein erwartetes Ziel für diese Geschichte liegt bei 3,988,5. Hier wieder der Future. Der Trigger liegt bei 4,005 und der Stop. Vorsichtig. Der Stop, um überhaupt Short zu gehen, wäre das. Also wir sagen nicht Stop dazu, denn dann hätten wir noch keine Position offen, sondern das wäre sozusagen die Cancel-Marke, wo wir sagen, naja, Short lasst man sein, das taugt nichts. Ja, also insofern, das ist dafür der Killer. Machen wir die anderen Marken nochmal weg, da sind wir ja eh schon durch. Der Stop für diese Idee wäre, von diesem Hoch gemessen, für uns zumindest mal, bis zum Einstieg. Seht ihr hier, dass der Einstieg ungefähr hier ist. Und dann die 78er-Marke. Also diese hier. Das ist also die 78er von diesem gemessen bis zum Einstieg. Das ist für die gesamte Idee. Das wäre, stellt euch vor, wir kommen jetzt hier in die Position Short rein, kriegen noch eine Korrektur, die wollen wir überleben, deshalb der Stop da. Und anschließend geht es dann irgendwie weiter runter mit oder ohne Unterbrechung, ganz egal, aber eben nochmal weiter runter. So, das heißt, das ist meine Gewinnseite, die ist immerhin größer als die Verlustseite. Aber ihr seht, das Verhältnis gab es schon schöner. Das ist immer dann, wenn dieser Einstieg relativ weit weg ist, insbesondere im Verhältnis zu der Länge, die wir hier haben. Auch das ist ein Grund, warum ich nicht will, dass diese Bewegung so weit in diese Richtung geht. Hier hatten wir das ein bisschen anders. Schaut euch das hier mal an. Hier war ein möglicher Trigger hier an der Stelle. Der Rücksetzer, wir können mal gucken, ist der Rücksetzer tief genug gefallen? Er sollte ja gehen in die Nähe 38, 20, 50, 61, 8. So, ich schiebe es mal ein bisschen rüber. Dann machen wir kurz Augentraining mit dazu. Dann seht ihr die starke Aufwärtsbewegung, die ganz klar korrektiv überschneidende Abwärtsbewegung. Wir sind in dieser Box drin. Entry ist an dieser Stelle. Stop ist dieses hier, beziehungsweise die 78er, die liegt dann etwas hier etwas höher. Und das Gewinnziel für diese Idee ist quasi die 1 zu 1, lag dann also auf dieser Höhe. Dann machen wir es mal ganz genau. Dann sieht man es etwas besser. An der Stelle hier. Ja, das ist quasi der vordere Teil, das ist die Korrektur und das ist der hintere Teil. Das jetzt hier millimetergenau, das ist natürlich nicht immer so. Also bitte jetzt nicht glauben, Mensch, Wahnsinn, der Mann, der hat echt, das klappt ja super immer. Und da kann man, nee, wollen wir nicht übertreiben. Aber es ist eben ein typisches Verlaufsmuster. Also, dass der Markt sich so verhält, scharfe Bewegung, eine Korrektur, die sollte groß genug sein. Entry hier an der Stelle. Ihr seht hier ein ordentliches Chance, Risikoverhältnis und ein an sich sinnvoller Trade. Wieso zeige ich euch jetzt die olle Kamelle so im Nachhinein? Damit ihr dieses sehr saubere, sehr gute Verlaufsmuster vergleichen könnt mit dem, was wir hier auf der Abwärtsseite haben. Hier auf der Abwärtsseite ist das genauso gut vom Muster, starke Seite, schwache Seite. Das gefällt mir genauso gut. Aber die Verhältnisse sind nicht mehr so gut. Ich hoffe, dass ihr es so ein bisschen nachvollziehen könnt mit den ganzen Zeichnungen, damit ihr ein bisschen besser versteht, wie wir hier ticken. Also Abwärtsseite finde ich hier gemäß dieser Geschichte mit Trigger hier gut. Sollte nicht mehr da drüber gehen, aber das Chance-Risiko-Verhältnis geht so. Der Nasdaq ist noch etwas unübersichtlicher. Der ist also noch weniger stark. Und naja, oder stimmt das überhaupt, was ich sage? Wenn ich mir diese Abwärtsbewegung angucke, gucken wir mal, wie hoch er gelaufen ist. Das sieht mir sehr hoch aus. Uh, ganz knapp noch gerade. Noch okay. Trigger wäre hier. Aber ich kann euch sagen, ziemlich weit. Na, wir messen es aus. Raten wir doch nicht, sondern messen es aus. Das hier wäre die Erwartungshaltung, dass er hier hingeht. Also Short-Entry an dieser Stelle. Das ist das Tief, was wir hatten heute Mittag, 13.30, ungefähr 11.555, dann Future. Der Gewinnbereich ist ungefähr hier bei 11.483. Und der Stop ist entweder hier oben drüber, aber ich hatte es ja eben gezeigt, ihr messt vom höchsten Punkt bis zum Entry-Punkt. Und dann wäre das die Stop-Marke. Und dann seht ihr, das hier ist mein Risiko, was ich für die Short-Seite eingehe. Und das ist mein Gewinn, den ich mit der Short-Seite eingehe. Dann seht ihr, okay, ich habe es leicht zu gut gemalt. Ich muss den ein bisschen länger, weil man ja ein bisschen unterhalb reinkommt. So ungefähr. Dann seht ihr, okay, das Chance-Risiko-Verhältnis ist noch in Ordnung. Quintessenz, sorry, wegen des Frosch-Simm-Hals auch noch. Quintessenz von all den drei Indizes oder vier, beim DAX haben wir die Situation so nicht gesehen, aber haben wir beim Nasdaq wohl die beste Chance-Risiko-Relation. Und wenn er das Ganze triggert, wohl die beste Erwartungshaltung, dass das Ganze so halbwegs in diese Richtung in Ordnung geht. Also wenn ich mich jetzt für einen dieser drei entscheiden müsste, auf dieser kurzen Ebene, dann wäre es wohl der Nasdaq. Ihr habt jetzt sogar, ich habe es jetzt nicht in schriftlicher Form, aber sogar die Entry-Marken, heute Mittag 13.30. Das Tief, könnt ihr mal gucken, je nachdem, was oder wie ihr das handeln wollt. Stop messt ihr von dem Hoch bis da. 78er-Marke, 11.898, glaube ich, ist es. Nein, Quatsch, 11.598, so rum. Und das Target ist 11.483 oder 82.75, so in etwa. So kann so ein Trade aussehen. Ich weiß, dass viele immer Fragen stellen und sagen, ja, du machst das immer so unkonkret. Also konkreter als das kann ich es jetzt nicht mehr machen. Die Frage, warum machst du es nicht immer so? Weil dann muss zu dem Zeitpunkt, wenn ich das Video mache, der Markt ja auch diese Levels mir zeigen. Das heißt, typischerweise hätte ich das Video zum Beispiel um diese Uhrzeit gemacht, hätte ich gesagt, oder von mir aus um diese Uhrzeit, ja, wenn der jetzt so und so was macht, dann gehe ich an dieser Stelle short. Mit Target das nochmal, wenn das das hoch bleibt, und Stop hier drüber, beziehungsweise 78er. Das klingt schwammig, aber es ist exakt das, was wir jetzt aufgrund dessen, weil das zeitlich, das Video genau passt mit dem Chartverlauf, was wir jetzt hier angeben. Wichtiger Hinweis, es ist keine Empfehlung, macht das, ich mache euch reich, riskiert alles, das wird super. Wir reden von Statistik. Ich habe gesagt, die Trefferquote liegt vielleicht nur bei 50 Prozent, aber ihr seht, ihr gewinnt die Hälfte der Fälle mehr, als ihr verliert und die Differenz ist das, was ihr nachher vereinnahmt. Also das ist keine Empfehlung, hey Leute, das wird super sein, das geht ganz sicher. Aber wenn er das triggert, haben wir eine relativ realistische Chance, dass es entsprechend gut geht. So, jetzt will ich euch damit alleine lassen. Ihr sollt ja ein bisschen noch selber rumzeichnen. Guckt euch das im Zweifelsfall nochmal an, an den Stellen, die für euch wichtig sind. Euch jetzt erstmal alles Gute. Toi, 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 ganz liebe Grüße und immer dran denken, heute ist das Volumen sehr niedrig, das heißt alles ein bisschen erratischer als sonst.